Hallo, ich bin Daniel Fiene. Ich bin heute hier, weil ich mit Gastgeber bei den goldenen Bloggern bin. Das ist eine Preisverleihung aus der Blog-Community für die Blog-Community. Deutschlands ältester Influencer-Preis, den wir jetzt im 13. Jahr vergeben, hat man bei mir auf dem Sofa angefangen und mittlerweile ist es wirklich ein großes Event, wo die Nominierten aus ganz Deutschland kommen und es ist eine sehr schöne Gelegenheit zu zeigen, wie viele tolle Menschen es im Netz gibt, die für positive Seiten im Netz sorgen. Mein Name ist Ed Fiene, schreibt sich wie Biene, nur mit F. Zumindest ist das mein Twitter-Handle. Ihr kennt mich vielleicht aus dem Podcast Eine Stunde was mit Medien und auch aus dem Tech-Briefing, was noch relativ neu ist, was ich euch auch sehr empfehlen kann und freue mich heute hier zu sein, um mit euch die schönsten Seiten des Netzes heute Abend zu feiern. Bestes Kulturblog? Groschenphilosophin. Bestes Themen- und Nischenblog? Alzheimer und wir. Herzlichen Willkommen. So und das beste Sportblog 2019 ist Früff. Das waren die goldenen Blogger. Herzlichen Dank, schönen Abend euch noch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020